Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Claude Dornier, die Flugboote. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker und haben sehr viel zum Weltkulturerbe beigetragen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Ich möchte auch Wissen über Naturwissenschaften und Technik vermitteln. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Claude Dornier und die Flugboote Zunächst zur Biografie Claude Honoré Désiré Dornier wurde am 14. Mai 1884 in Kempten im Allgäu geboren und starb am 5. Dezember 1969 in Zug in der Schweiz mit 85 Jahren. Er war ein kreativer Flugzeugingenieur und ein erfolgreicher Unternehmer. Dornier war einer der beiden Pioniere des Ganzmetallflugzeugbaues neben Hugo Junkers, siehe dort, und der Vater der modernen Flugboote. Er hatte einen französischen Vater, wurde 1913 eingebürgert, behielt aber beide Staatsbürgerschaften. Nach dem humanistischen Gymnasium in Kempten und der Industrie-Schule München studierte Claude Dornier Maschinenbau an der TU München. Ab 1907 arbeitete er als Diplomingenieur in Karlsruhe, dann in Illingen. Als der Vater krank wurde, wechselte er zum Luftschiffbau Friedrichshafen, von wo aus er die Familie leichter unterstützen konnte. Weiteres zur Biografie von Claude Dornier Dornier hatte aus zwei Ehen sieben Kinder. Seine Erstfrau Olga, eine geborene Kramer, mit ihr hatte er zwei Söhne, verstarb 1918 an der Spanischen Grippe. Mit seiner zweiten Frau Anna, eine geborene Selinka, hatte er fünf Kinder. 1910 kam er in die Versuchsabteilung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH Friedrichshafen. Er meldete 1912 sein erstes Patent an, eine drehbare Zeppelin-Halle. 1914 erhielt er eine eigenständige Abteilung. In einer Holzhalle wurden erste Flugboote und Ganzmetall-Landflugzeuge konstruiert. Wir schreiben 1914, also eine ganz frühe Zeit der Flugzeugentwicklung. Das Kriegsende und der Versailler Vertrag brachten Verbote, Beschlagnahmungen und Einschränkungen. Claude Dornier verlegte daher Werksteile auf die schweizerische Seite des Bodensees nach Rorschach und baute in Italien, in Marina di Pisa, ein Zweigwerk auf. Hier flog 1922 auch der Dornier-Waal zum ersten Mal, das erfolgreiche Flugboot, das zum Muster für alle folgenden Flugboote wurde. Hier ein besonders berühmter Wal, der Dornier-Waal von Roald Amundsen, dem norwegischen Polarforscher. Zwei Maschinen diesen Typs begleiteten Amundsen auf seiner berühmten Nordpol-Expedition. Weiterentwicklungen waren der zweimotorige Superval I und der viermotorige Superval II hier im Bild. Es waren die zuverlässigsten Flugboote ihrer Zeit. Neben den Wasserflugzeugen wurden parallel dazu auch Landflugzeuge wie die Komet und Merkur entwickelt. Diese Hochdecker waren ihrer Zeit technisch weit voraus. In Russland, Japan und anderen Ländern wurden Dornier-Flugzeuge in Lizenz gebaut. 1928 folgte eine weitere Fertigungsstätte in der Schweiz in Altenrhein. 1928 bis 1929 wurde die Do-X fertiggestellt, das größte Flugzeug der Welt. Diese Legende der Luftfahrt führte zum ersten Mal einen regelmäßigen Transatlantikverkehr ein. Die Weltwirtschaftskrise 1929 führte zur Entlassung aus dem Zeppelin-Verbund. Dornier wurde Alleineigentümer der Firma und eröffnete 1933 in Wismar ein norddeutsches Flugzeugwerk. In den 20er Jahren begann überall in der Welt ein Flugbetrieb mit Passagieren, teilweise mit schönen, luxuriösen Kabinen. Auch die Lufthansa übernahm 30 Flugzeuge des Typs Merkur von Dornier. Ab 1933 erfolgte die NS-Planwirtschaft mit staatlichen Direktiven und mit militärischem Fokus. Die Do-17, die ursprünglich als ziviles Fernverkehrsflugzeug gebaut war, wurde zum Bomber Do-217 weiterentwickelt und tausendfach gebaut. Die Do-24 bewährte sich als großes Flugboot zur Seenotrettung. Wegweisend war die Do-335 mit einem Tandem-Triebwerk als schnellster, mit Propellern betriebener Yachtbomber der Welt. Dornier und seine Leute ließen nicht ab von den Gedanken einer zivilen, weltumspannenden Luftfahrt. Das Programm eines achtmotorigen, luxuriösen, zivilen großen Flugbootes Do-214 für 40 Passagiere für den Transatlantikdienst wurde bis 1942 verfolgt. Hier ein Modell. Das geschah unter den spöttischen und skeptischen Blicken der NS-Verwaltung. 1945 waren alle Werke entweder zerstört oder enteignet. Claude Dornier wurde im Spruchkammerverfahren als Mitläufer eingestuft und wählte einen Wohnsitz in der Schweiz. Ein Neuanfang begann in Lindau am Bodensee, aber auch in Spanien, wo als STOL-Flugzeug, ein englisches Akronym für Kurzstart- und Landeflugzeuge, die Do-25 entwickelt wurde, die zur erfolgreichen Privatmaschine Do-27 verbessert wurde. Die innovative Do-31 war ein Düsenflugzeug als Senkrechtstarter für Frachtzwecke. Dornier war Präsident des Bundes-Deutscher Luftfahrtunternehmen. 1962 zog er sich mit 78 Jahren aus dem Unternehmen zurück und überließ es seinen Söhnen. Nach seinem Tod 1969 kam es zu Erbstreitigkeiten, die dazu führten, dass das Unternehmen 1985 von Daimler-Benz übernommen wurde. Diese Do-27 wurde besonders berühmt, weil mit ihr die beiden Cimeks Bernhard und Michael Cimek zu ihren Flügen nach Afrika aufbrachen. Leider verunglückte Michael Cimek 1959 bei diesen Filmarbeiten tödlich. Zum Werk von Claude Dornier und seiner Wirkung Claude Dornier hatte Visionen und war ein genialer Ingenieur und Konstrukteur. Er besaß unternehmerische Begabung und konnte seine Mitarbeiter begeistern. Für sie ließ er Dornier Mustersiedlungen bauen. Er entwickelte zahlreiche Flugzeugtypen als Projekte oder in kleinen Serie, vereinzelt aber auch mit großem Erfolg. Er entwickelte parallel zu Hugo Junkers konsequent die Ganzmetalltechnik. Er erhielt wichtige Patente wie den einhäumigen Tragflügel, den spannten, versteiften Hohlkörper und die tragende Blechhaut. Das Spezialgebiet von Claude Dornier waren die berühmten Flugboote, beginnend mit dem Dornier Val und Superval und gipfelnd in der Do-X, von der zwar nur drei Exemplare gebaut wurden, die aber dennoch zur Legende wurde. Dieses größte Flugzeug der Welt besaß zwölf Motoren und brachte 160 Fluggäste komfortabel unter. Im vorigen Bild die Do-X im Fluge und hier ein Bild von dem luxuriösen Inneren. Die Do-X unternahm 1930 Weltreisen für Personen und Fracht nach Nordamerika, besonders aber nach Südamerika und war als größtes Flugzeug der Welt Botschafter für das neue Deutschland. Abschließend ist zum Werk von Claude Dornier und seiner Wirkung. Claude Dornier baute auch Landflugzeuge, wie die erfolgreiche Do-17 vor dem Kriege als Frachtflugzeug und später als Bomber als Do-217 weiterentwickelt. Und die Do-25 bzw. Do-27 nach dem Kriege, das war das erste deutsche Nachkriegsflugzeug in Großserie und bekannt ist Cimex-Maschine in der Serengeti. Weiterhin den Senkrechtstarter Do-31, die Bundesluftwaffe interessierte sich dafür, das Projekt wurde jedoch nicht zur Serie übernommen. Weitere zivile Flugzeugtypen blieben Projekte. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi